Yo Leute und Willkommen zu einem weiteren Video und heute spielen wir mal die Kaktee, die Jade Kaktee aus, bekannt als, ja die Toos, die Kaktee Toos. So, ähm, da drüben ist der Klingeport, insertiere ich doch gleich. So, dass er nur hier landet. Oh nein, ich bin hier schon wieder. Natürlich, ich bin da. Aber er muss der Runde rumlaufen, jetzt ist das. So, ich hol mir den Klingeport. Oder, naja, Versuche ist. Zumindest. Ein Versuch ist es wert. Aber leider auch nur einen. Und zwar ein bisschen nicht wert, Teleporter. Das tut mir sehr leid. Sehr leid. Na schön, Spieler besiegt. Teleporter? Ich hab den Slipwander nicht recht gehört. Wieso das denn? Nein, nein, nein! Zombie, Zombie, Zombie! Mann! War knapp! Was ist das? Oh, schütt, doch, da gibt's, da gibt's, da gibt's, da gibt's! Wow! Danke, Blume, du hast mich gerettet. Ah, Meno! 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 Ich hab' schon, aber ich... Ich weiß nicht, so was ne andere... Ich glaub' ich brach' ne Erbsenkanone! Was so?! Ich muss mir das mal hier kurz anschauen. Redenwerfer? Ja, okay, wir hab' jetzt mal ne Chance! Wow, wow, wow! Ah! das geht doch die ersten der Schaden macht das Schmengang schiebt und wenn es diesen eigenen plötzlich ist der Erbsagent Ich bin mega schnell. Ziemlich stark. Professionell. Überall die Wummen pflanzen. Überall. Gehen damit. Okay, für was muss ich. Ähm, ja, ich geh mal hier drüben hin. So, hier kann ich noch pflanzen. Pflanzen wir noch was. Ähm, und hier pflanze ich doch mal. Hm. Ich weiß nicht. Okay, irgendwie. Die Feuerratik. Das ist alles gut. Oh, yeah. Okay, das ging schnell, ne? Dr. Ray. Eine wiederbelebung? So, go. Oh. Oh. Oh, rein, balla. Whoa, whoa, whoa. Wir grinnen, wir grinnen. Oh. Oh. Und dann müssen wir auf einmal stecken. Oh, Haupt 해요. Ich muss. Oh ja. Oh-oh. Oh-oh. Oh ja. am Bus. Okay, hier bin ich aber ziemlich gut, denn 3, 2, 1, mega super Antrieb aktiviert. So, der Erbsenwerfer lohnt sich hier schon, aber ich würde mal sagen, wir wechseln einen, der auch ein bisschen... Ich glaube, die... Ich nehme mal die Standard-Vari. Los, Leute, alle rein da! Die sind mega schnell! Ich wusste gar nicht, dass die anschieben sind. Ich will nicht wieder mal weg. Dem habe ich noch ein bisschen Schaden gemacht. Ich glaube, wir brauchen mal was Bisseres, ne Feuerpacki. Okay, shit. Sie haben den Checkpoint. Ich fühlst mich nicht, ich fühlst mich nicht, ich fühlst mich nicht, ich fühlst mich nicht. Shit, ich habe euch gekriegt! Mörder! Ich fühlst mich nicht, ich fühlst mich nicht weg. Ich fühlst mich nicht weg. Ich fühlst mich nicht weg. Weiß ich, ich bin Herder. Voll hoch gehackt! wir werden gleich den checktreten haben oder ist mir egal ob ich sterbe oder nicht ok ganz egal ist mir auch wieder nicht ich kann mich zu holen verdammt schön noch mal reinrennen diesmal wieder ja ok mit der plasmärze kann ich vielleicht noch ein bisschen mehr ich habe verloren aber wir haben uns ziemlich gut geschlagen wir haben gekämpft und getan was wir konnten aber sie haben es geschafft mann verdammt sie haben es geschafft naja schade schade schokolade die lange bombe ja und hier noch ein bisschen was von blitzschnapper ja das war es schon mit dieser runde plans vs zombies um wir sind erster ja das war es schon mit dieser runde plans vs zombies wenn euch gefallen hat lasst euch ein like da abo wäre natürlich geilo und ciao ciao